Hey Leute, herzlich willkommen zu den Minecraft Minispielen, zu der vierten Folge. Ja, wir zocken ein bisschen auf dem GOMA-Server. Travel in Minecraft heißt das hier. Was heißt eigentlich Travel in Minecraft? TTT, abgekürzt. Und ja, ich glaube, jeder weiß, was das ist. Und jeder kennt das. Dann holen wir uns jetzt mal hier das Eisenschwert. Ich bin nervös, wie man hier hochkommt. Da ist eine Leiter. So. Dann holen wir uns jetzt das Eisenschwert. Beste Waffe. Komm, 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 schneller, schneller, schneller. Wir sind Traitor. Scheiße. Nora lebt noch. Wo ist Nora? Wir sind einfach Traitor. Was ist das? Okay, wartet. Ich will so wenig wirklich Herzen wie möglich verlieren. Die geht vom Tester weg. Da ist Nora. Nora. Okay, wir laufen weg. Die darf nicht sterben. Okay, wir täuschen uns an. Sie geht zum Tester. Wir müssen sie beschützen. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, killen, 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 killen. Ja. Ja, gewonnen. Geil, Mann. Geilo. Wir haben einfach gewonnen. Geil. Ja. Es war ziemlich kurz, die Runde, ne? Ja. Dann war die Folge von den Minecraft Minispielen mal ein bisschen kurzer. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.